Assalamu alaikum. Zwei Veranstaltungen stehen uns bevor und werden vor dem Ramadan, inshallah, noch stattfinden. Am 11. sind wir in Köln und haben ein ganztägiges Dauertraining und eine Woche danach, am 18. sind wir in Hamburg und haben dasselbe Dauertraining, was so viel wie ein kleiner Vorgeschmack für das umfangreiche Online-Dauertraining ist, mit unserem Kommunikationsmodell GoPass, Dauer mit Christen, Dauer mit Atheisten und auch interaktiven Elementen. Sicher dir dein Ticket, hier ist der Link und sei dabei, wenn wir in Köln als auch in Hamburg sind.